Und weiter geht's mit OpenOffice Writer. In den folgenden Videos werden wir versuchen, ein Versuchsprotokoll zu layouten. Ein Versuchsprotokoll deshalb, weil das zum einen im schulischen Kontext nicht allzu selten vorkommt. Sowas muss man halt einfach mal machen. Zum zweiten deshalb, weil ein Versuchsprotokoll sehr viele Dinge beinhaltet, die eine Textverarbeitung leisten kann und die eben sehr häufig meiner Erfahrung nach falsch genutzt werden. In dem Beispiel hier haben wir so eine Art, ich sag mal, Template. Das besteht im Wesentlichen aus unformatiertem Text, so ein paar Bildchen und das Ganze wollen wir jetzt in eine vernünftige Form bringen. Thematisch geht es hier um Spannungs- und Strommessungen in einem Widerstand, also um irgendwas Elektrotechnisches. Inhaltlich ist aber das Ganze nicht allzu sehr relevant. In diesem Video konkret soll es darum gehen, hier erstmal eine Titelseite festzulegen. Dann werde ich die sogenannten Formatvorlagen einführen. Genauer gesagt die Absatzvorlagen und hier mit der Titelvorlage arbeiten. Formatvorlagen sind was, was extrem praktisch ist und im Dokument eine extrem gute Struktur geben kann, aber gleichzeitig extrem selten genutzt wird. Wir gucken uns das dann gleich im Detail an. Um hinterher die Titelseite vom Rest des Dokuments abzutrennen, müssen wir da einen sogenannten Seitenumbruch einführen, was auch intelligenter ist als das, was ich häufiger sehe, nämlich viele Absätze zu setzen. Gut, starten wir. Das erste, was wir machen wollen, ist eben einen Titel festlegen. Also wir sind jetzt hier auf der ersten Seite dieses Dokuments und das hier soll ganz offensichtlich ein Titel sein. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Gerne macht man ja sowas wie einen Titel relativ groß schreiben. Das heißt, man würde jetzt hier vielleicht markieren, die Schriftgröße vergrößern irgendwie auf 20, wenn einem das gefällt. Meistens setzt man den Titel ja auch mittig, damit es irgendwie schöner aussieht. Jetzt stellt man fest, ja, das ist jetzt aber irgendwie nicht so schön, weil jetzt steht Widerstand alleine. Also wollen wir vielleicht hier noch einen Absatz reinbringen, damit das Ganze so aussieht. Dann setzen wir hier so ein paar Enter-Tasten, bis das irgendwie alles halbwegs passt. Also relativ viel Gefriemel und Gefrickel. Das sollte man nicht tun. Das geht intelligenter. Und zwar muss man hier oder sollte man hier in meinem Empfinden nach mit sogenannten Formatvorlagen arbeiten. Formatvorlagen finden wir hier. Auf der rechten Seite bei diesem T finden wir die Formatvorlagen. Wenn wir da draufklicken, öffnet sich recht im Menü. Das Ganze kann man auch mit einem Shortcut machen und zwar mit F11. In diesen Formatvorlagen, unter diesem Oberbegriff, finden wir verschiedene Typen von Formatvorlagen. Die sogenannten Absatz, Zeichen, Rahmen, Seiten, Listen und Tabellenvorlagen. Formatvorlagen sind grundsätzlich vordefinierte Designs. Das heißt, Eigenschaften von Text oder eben Tabellen oder Seiten, die man festlegen kann und dann in einem gewissen Bereich des Dokumentes zuordnen kann. Das hat den Vorteil, dass wenn ich im etwas längeren Dokument hinterher Änderungen vornehmen möchte, ich nicht an jede einzelne Stelle springen muss, sondern einfach eine Formatvorlage ändere und die sich direkt aufs ganze Dokument auswirkt. Das schützt einen so ein bisschen vor dieser Problematik, auf hinterher 20 Seiten zig verschiedene Überschriftsgrößen zu haben und solche Fehler, die da ganz gerne passieren. Starten wir mal mit unserem Titel. Das hier soll jetzt unser Titel werden und wir finden im Bereich der Absatzvorlagen, das sind die ganz links, finden wir unter der Rubrik Überschriften den sogenannten Titel. Wenn wir jetzt ein Stückchen Text markieren und einen Doppelklick auf den Titel machen, wird diese Titelvorlage diesem Text zugewiesen. Und wir sehen, es passieren so diverse Dinge. Der Text wird offensichtlich größer und er wird mittig gesetzt. Das sieht für sich genommen schon mal nicht allzu schlecht aus. Wir haben jetzt nicht manuell hier irgendwas geändert, sondern wir haben eine Formatvorlage zugewiesen. Diese Formatvorlage Titel lässt sich jetzt auch ändern, beziehungsweise können wir uns mal näher angucken, was in der eigentlich alles festgelegt ist. Dazu machen wir einen Rechtsklick auf den Titel, klicken auf Ändern und werden erstmal erschlagen von einer Unmenge von Reitern. Die meisten davon will ich jetzt erstmal außer Acht lassen, denn die sind erstmal nicht so relevant oder beziehungsweise auch von der Menge her einfach viel zu viele, als dass wir da jetzt im Detail darauf eingehen könnten. Die wichtigsten sind allerdings die Schrift. Hier können wir einstellen, wie groß alles sein soll, was wir Titel nennen wollen. Wir können jetzt hier wieder Schrift größer ändern, Fett nicht Fett und Schriftarten ändern und wir können im Bereich der Einzüge und der Abstände Modifikationen vornehmen. Wenn wir uns das hier zum Beispiel mal angucken, dann wäre es vielleicht ganz nett, wenn wir oberhalb des Versuchsprotokolls einfach ein bisschen mehr Luft hätten. Das heißt, das Ganze soll jetzt ein bisschen weiter nach unten gesetzt werden. Das geht über zwei Arten im Prinzip. Entweder wir gehen hin und setzen einfach Absätze davor. Ist beim Titelblatt eine Möglichkeit, die man durchaus in Betracht ziehen kann. Die tut jetzt erstmal keinem weh. Oder wir sagen in der Formatvorlage direkt, dass oberhalb des Absatzes eine zusätzliche Leerstelle eingefügt werden soll. Und zwar sagen wir einfach mal vier Zentimeter. Das heißt, wir setzen hier jetzt vier Zentimeter Lücke rein, sage ich mal. Das können wir jetzt zuweisen. Wenn wir hier auf Zuweisen klicken, wendet er das aufs Dokument an, lässt das Menü aber offen. Klicken wir auf OK, weist er das auch zu, aber schließt direkt das Menü. Wir machen jetzt mal Zuweisen, um zu gucken, ob es uns gefällt. Und wir sehen, er schiebt es nach unten. Das ist vielleicht sogar ein ganz gelungener Abstand. Das gleiche können wir jetzt auch unter dem Absatz machen. Wenn wir zum Beispiel wollen, dass hier Name, Klasse, Datum auch ebenfalls vom Titel so ein bisschen abgesetzt ist, was an dieser Stelle meinem Empfinden nach Sinn ergibt, können wir ja vielleicht auch mal hier vier Zentimeter Lücke einbauen. Klicke ich auf Zuweisen, schiebt er offensichtlich alles weiter nach unten. Und wir sehen, wir haben den Titel auf der Seite stehen, ein bisschen nach unten versetzt. Wir haben unten noch genug Platz auf der Seite. Ich denke, so kann man es sogar erst mal lassen. Es mag an dieser Stelle für den Titel nicht sonderlich ersichtlich sein, warum es sinnvoll ist, mit Formatvorlagen zu arbeiten. Denn der Titel kommt hier im Dokument tatsächlich nur einmal vor. Das Ganze wird aber Sinn ergeben, wenn wir später mit Kapitelüberschriften hantieren oder auch mit gewissen Textpassagen. Da ist es schon gut, mit Formatvorlagen zu arbeiten. Und hier haben wir jetzt mal eine gesehen. Als nächstes können wir hingehen und jetzt hier unsere Namen, Klassen, Datums, Geschichten sortieren. An der Stelle wäre ich jetzt der Meinung, dass wir hierfür jetzt vielleicht keine explizite Formatvorlage brauchen. Denn was soll das sein? Das könnte vielleicht sowas wie eine Aufzählung oder sowas sein. Aber hier wäre ich an der Stelle durchaus geneigt, zu sagen, das darf man auch mal händisch layouten. Also sagen wir mal, wir machen das Ganze ein bisschen größer. 14 ist vielleicht sogar noch ein bisschen klein. Machen wir mal 16. Ferner wollen wir vielleicht hingehen und dafür sorgen, dass da zwischen den Zeilen so ein bisschen mehr Abstand ist. Das können wir hier über den Zeilenabstand definieren. Sagen wir mal, wir nehmen 1,5. Sieht vielleicht ganz nett aus. Und ja, Fettdruck lassen wir mal sein. Jetzt kann ich hier meinen Namen hinschreiben. Das bin jetzt ich. Ich unterrichte momentan die EITs. Und zwar die Unterstufe und davon alle Klassen. Das kürze ich mal so ab. Und wir haben heute den 26.02.2019. Und wir stellen fest, naja, das Ganze sieht vielleicht nicht allzu hübsch aus. Vielleicht sollten wir das Ganze ein bisschen einrücken. Und da haben wir ja im letzten Video die Tabulatoren kennengelernt. Also würde ich jetzt mal einen linksbündigen Tabstop irgendwo hinsetzen. Intuitiv würde ich sagen, bei 7. Sagen wir, bei 6,5 ist vielleicht ganz schön. Und schiebe jetzt mal die ganzen Zeilen dahin. Das Ganze sollte ich dann allerdings auch für alle Zeilen machen. Und kann jetzt eben mit einem Tab die Sachen relativ gut platzieren. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Wobei, wenn wir es schon im letzten Video gezeigt haben, es doch vielleicht auch ganz schön wäre, dass wir hier diese Textpassage bündig setzen. Also gehe ich wieder hin und setze mir noch einen Tabstop. Den würde ich jetzt vielleicht sinnvollerweise ungefähr bei der 26 setzen. Oder vielleicht ein bisschen dahinter, um es ein bisschen abzusetzen. Machen wir mal hier. Und schiebe mit einem weiteren Tab meine ganzen Einträge an die entsprechende Stelle. So, das sieht doch hübsch aus. Das ist ein Titelblatt. Wir können jetzt gerne darüber diskutieren, ob vielleicht zu einem Titelblatt noch ein paar andere Einträge gehören. Vielleicht ein hübsches Bildchen oder sowas. Aber ich würde es jetzt erstmal an der Stelle gut sein lassen. Jetzt haben wir hier allerdings noch Text auf der Seite. Der soll natürlich nicht auf der Titelseite erscheinen. Was ich jetzt sehr häufig leider sehe, ist, dass Schüler jetzt Folgendes tun. 1000 Absätze einfügen, bis das Ganze auf der anderen Seite landet. Kann man machen. Ist allerdings, wie man sieht, ein bisschen aufwendig, hässlich und so weiter. Führt übrigens auch zu so schönen Effekten, wie ich müsste hier noch einen Eintrag schreiben. Ich sage mal hier hin und setze vielleicht noch ein Enter oder ich mache den Text hier aus irgendwelchen Gründen später mal größer. Und das führt dann dazu, dass wir dann plötzlich so Leerzeilen auf der nächsten Seite kriegen. Kurzum, das ist nicht Waffe der Wahl. Das sollten wir einfach nicht tun. Also mache ich das Ganze mal wieder weg. Stattdessen tut man folgendes. Man setzt einen sogenannten Seitenumbruch. Den Seitenumbruch finden wir an zwei Stellen. Genau genommen an drei. Auf die dritte gehe ich später ein. Den finden wir hier bei Einfügen. Seitenumbruch. Die eine Variante. Die zweite Variante wäre, wir klicken auf das Symbol. Und wenn wir keinen Freund von Klicken sind, dann machen wir das Ganze mit einem Shortcut. Nämlich, wie wir eben vielleicht gesehen haben, Steuerung plus Eingabe. Also Steuerung plus Enter. Also wir gehen vor den Teil, der auf die nächste Seite rücken soll. Das wäre hier die Fragestellung. Drücken einmal Steuerung plus Enter. Und haben jetzt dafür gesorgt, dass hier ein sogenannter Seitenumbruch liegt. Und das führt dazu, dass der nächste Absatz auf der nächsten Seite landet. Wesentlicher Vorteil dieses Vorgehens ist jetzt der, wenn ich hier noch Dinge einfüge, weitere Zeilen auch einfüge und so weiter, dann verschiebt sich auf der nächsten Seite nichts mehr. Ich bin totaler Fan dieser Seitenumbrüche. Ich benutze sie auch gerne mal mitten im Dokument. Zwischen zwei Kapiteln setze ich eigentlich standardmäßig einen Seitenumbruch, wenn es nicht allzu doof aussieht. Was nämlich dazu führt, dass wenn man später nochmal im Dokument herumeditiert, sich hinten nicht alles verschiebt. Also wenn man quasi so ab und zu mal eine künstliche Lücke von der Viertelseite oder sowas einfügt, kriegt man immer so ein bisschen Puffer im Dokument. Sonst hat man leider öfter mal das Problem, dass solche Bildformatierungen so schief laufen. Und das ist immer sehr ärgerlich. Den Seitenumbruch werde ich sicherlich noch diverse Male verwenden. Gut, damit wären wir eigentlich soweit fertig. Wir haben eine Titelseite. Und weiter geht es dann im nächsten Video.